Musik Wenn ich den Titelkampf um die deutsche Meisterschaft hier in Köln im Mittelgewicht und wir begrüßen den Herausforderer kämpfend in der roten Ecke. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika kämpfen für das National Team der USA. Er ist der Bayerische Meister und Intercampsieger 1991. Er ist 31 Jahre alt, hat 21 Kämpfe bestritten. Davon drei verloren. Trainiert wird er von Peter Lutzki und er kommt aus dem Sportcenter Erding. Herzlich willkommen, der Herausforderer Mike Mekningschön. Applaus Aus König, der Herausforderer Mike Mekningschön. Sein Gegner aus Köln. Er ist 21 Jahre alt und trotz seiner Jugend hat er 52 Kämpfe bestritten. Davon wurden sechs Niederlagen. Er ist der Vize-Europameister im Jahre 1992 geworden. Er ist im November 1993 Weltmeister der WACO-Amateure geworden. Er ist der amtierende deutsche Mannschaft, deutsche Meister der WACO-Pro. Trainiert wird er von Gustav und René Baden und er kommt aus dem Sportstudio Baden. Und wir begrüßen aus Köln den Tierträgern und der Schwestern von Spitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Runde Nummer 2. Runde Nummer 2. Runde Nummer 3. 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 Die Beine! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.